So, hallo und herzlich willkommen erstmal zu einem neuen Let's Play seit langem. Ich habe jetzt mal eine neue Idee gehabt und zwar, dass ich von der Champion-Auswahl bis zum Ende hin alles aufnehme. Für die Aufnahme jetzt gerade benutze ich Camtasia. Und wie man hier ganz unten, das ist übrigens ein Ranked, wie man hier ganz unten sieht, spiele ich wieder mit dem Alex zusammen. Hallo. Ja, ich bin jetzt gerade mit Bann dran und... Bann vernünftig. Ja, ja. Ich streng mich schon an. Jawohl, sie haben mich hängen gelassen. Ich hasse es, wenn ich nicht weiß, wen ich spannen soll, weil ich normalerweise immer die drei... Ich weiß, aber ich kann mit dem nicht so gut spielen. Dann hätten wir getauscht. Ich wäre dafür, dass ich in den Jungle gehe. Ja, dann mach das mal INT Valenia. Der Nacht ist mein Leben. Aber soll ich... Evelyn malz... äh... Katharina. Katharina. Violence solves everything. Ja, ja. Hat überhaupt sonst jemand noch Mitte geschrieben, dass er Mitte will? Nee, na gut. Ich glaube nicht. Eve. Ja. Ich guck mal eben kurz. Ich weiß nicht, das müsste jetzt auch aufgenommen werden. Und wenn nicht, dann Pech gehabt. Mit Katharina, wer die Count hat. Ähm, wo ist es hier? Meinst du Evelyn geht in die Mitte? Ähm, Jungle oder Mitte? Ah, hier ist noch das alte Bild von Morgana. Bei LOL Counter. Und von Lux auch. Und von Brand auch. Und von Twisted Fate. Ja, da war mal Arsch-Moi-Bild schon drin. Bei LOL Counter? Nee. Ach, bei LOL Counter. Ja, nee, da noch nicht. Supporter Jungle haben wir schon mal. Wohin gehst du eigentlich jetzt? Tor oder... ADC. Böses Tristana. Soll ich mal gucken, wer... Tristana Counter hat? Nehme auch schon selber. Zu spät. Es real, Grace, Draven, Varus, Korki, Akali. Nämlich Es real. Bist du gut mit dem? Ja, mehr oder weniger. Passt schon. Wenn du jetzt verkackst. Ich bring dich um. Timo geht, glaube ich, Mitte. Oder? Support, aber Support Timo ist selten. Oder er geht top und Riven geht in den Jungle. Das kann auch sein. Das würde, glaube ich, sogar am besten passen jetzt im Moment von denen. Also für Irea oder für Jorek? Jorek, wenn der mit dem spielen kann. Mal gucken, wenn die jetzt als letztes picken. Ja, obwohl jetzt müssen sie eigentlich Support picken. Es sei denn Timo ist Support dann. Es gibt so viele mögliche Varianten. Oh ja, hier den Skin übrigens, den habe ich von dem Kumpel geschenkt bekommen, von dem Andi. So, und wenn es jetzt feststeht, dass das hier so alles, ne, ein Spiel läuft, keiner mehr verlässt, dann gehe ich mal ganz kurz auf Claw. Ja, ich sag dann mal, bis im Ladebildschirm. Dafür starte ich dann hier Fraps und Odacity und nehme dich mit Camtasia auf. Bis dann, ne? So, und hier sind wir auch schon im Ladebildschirm. Das heißt schon. Sind ja schon fast alle fertig, bis auf Nidalee und Maokai. Und wie man sieht, haben wir einen Emerald Taric und einen Frosted Estreal in unserem Team und im gegnerischen Team gar keine Skin. Was aber nicht heißt, dass sie schlecht spielen werden. Und, ja, ich denke mal, von den Teams her ist es eigentlich eher für uns. Ja? Darf ich eben kurz Hallo sagen und so? Ich habe gerade auch auf Aufnahme gedrückt. Oh, Entschuldigung. Ja, bitte. Hallo, ja. Wieder ein Loilmatch hier, diesmal ohne Speed, mit Musik und so. Ja, ihr seht hier, habt ihr gerade eben schon von Dirk das alles schön geklebt bekommen. Der spielt übrigens auch mit. Ja, und dann, viel Spaß. Ich bin nur uns Katharina, für die Leute, die uns über Alex-Kanal gucken. Wer ist bei uns im Jungle? Wir haben auch keine brauchen du, ne? Ich habe mir auch keiner neben Jungle gespielt. Warum? Weil ich kann. Wir wollen ja mal freundlich sein. So. Ich habe es beide dann untergeguckt. Ich lauf mal hier schön mit dem Taric entlang. Ich weiß schon, was hier zu tun ist. Ich weiß schon, wo es lang geht. Das. 30 Sekunden zu den Minions sparen. Ich habe mein Herz gewonnen. Ich habe mein Herz gewonnen. Nicht zurückgehen. aber sonst immer hatte die haben diese Frameneinbrüche nach einer Zeit aufgehört deswegen was ich hier war ein bisschen früher und einfach mal an schön nach ein paar Hände kann man doch nicht mitspielen mal das heißt die muss in der Mitte was das so noch mal gehofft der Mitte geht ich hab gar nichts gehofft steuer und weg schon drückt den ersten lasse dich mir sofort holen der hat sich den blend falls erst das Spiel gegen Katharina wie schlecht kann man sein das ist doch nice wir hatten die bis jetzt die hat nur 3 ok hol ich auf lucky Riven das war jetzt konzentriert mich bei mir aufs last der geht davon auf den Face Frame hier und kaum bin ich weg ne hört das hier wieder auf ich lasse es an ich lasse ich lasse es wirklich an was ist dann ja fraps ach so sonst habe ich das immer ausgemacht ja komm Timo das ist echt schlimm ne 9 fps jetzt habe ich wieder 30 und jetzt gleich wenn ich wieder reingehe da habe ich wieder wahrscheinlich 10 ja 10 oder 9 unser Terrick sollte mal nicht so offensiv spülen und ok er kann sein aber trotzdem geht hier mal schon mal sein entzünden gewaistet mehr oder weniger weil ich nehm ich schweizgift schweizgift auch scheiße mein Spell war erstmal übel zu nehmen warum hol ich mir zwei schuhe ich hatte nicht damit gerechnet dass er sich noch flash ok das natürlich dann wurst so viel hat die jetzt sieben nice warte mal fass mal auf ich guck jetzt mal jetzt müsst ihr bei Video ne Frame ich mach mal Stable heißt hier äh stabil ne weiss ich nicht ich bin nicht so ein englisch man ja ich hab normalerweise hab ich das nämlich immer auf ganz hoch stehen aber ähm jetzt ist es im Moment hab ich auch nichts also ich hoffe mal dass das jetzt bei Stable da hätte ich auch früher drauf kommen können dass das vielleicht meine Grafikeinstellung ist ich hab keine Lust auf Team und sein Kackgift hmmm ok es fängt wieder an aber es ist besser als vorher ok doch bestimmt Lust mir zu gacken oder ich hab jetzt schon 10 Lastes mehr als die Tristana schön ich mag es voll begeistert nein das war jetzt aber ernst gemeint ich weiß doch die Ulti von Katharina trifft keine unsichtbaren Champs ne ähm doch ich glaub schon jetzt hatte ich grad einen kurzen ich krieg immer noch ein bisschen so jetzt wir werden die Raps schneidet oder was ja dann braucht das bei mir kurz mal guck dir mal an guck dir das mal an drei basic oder beziehungsweise zwei basic attacks und hier ähm ein Blendfall haben wir so lange wie bezogen böse geht's hier ja jetzt ja ich brauche jetzt mein Gank hier in der Mitte geht immer noch nicht das ist echt Wurst zu den Hornets auf den Hornets boah bau keep friends close und enemies guessing ping 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 wie hat er es geschafft sich direkt am Anfang einen Major of Souls wieder zu holen Ohne Spaß Timo Äh, geil, danke Maukei Ja, schön Also für euch Schrei, ne? Nicht nur für Joghurt, sondern Aber komm, jetzt hab ich eingestellt Und jetzt ist sofort Die Frame wirklich stabil Ja, Maukei Das war's natürlich sehr nice gemacht Nur scheiße, dass ich zu spät komme Hat es jetzt wirklich nice gemacht oder so Nein, 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 ich bin wirklich zu stehen gekommen Aber ich hab ihn trotzdem gefreut Ich hab auch komm, Mann, denn sonst wäre das alles Sonst wäre die Frühe gestorben Ja, ein Stück 4-1 Packen wir schon So, ja Ich hab meine Wahl gemacht Verpiss dich, Timo Ha! Vor allem mein Bouncing Bladen Es macht ihm so keinen Damage Wie viel, äh, Magieros hat er denn? 40 Ist eigentlich gar nicht so viel Aber... Ich hab 38 30 Nochmal gehört Also der Maukei Ist echt nicht so schlecht Und mein Charakter hat auch gut Der ist gut, ne? Im Jungle Ja Vielleicht auch mal ausprobieren Ich hab noch mal mit dem Maukei zusammen Weil damals schon lange War ja nicht so gut Aber... Ich brauch doch's ja jetzt Mit mehr Skill und so Der Typ hier, der scheucht mich voll Ich hab richtig... Na, Angst kann man's nicht nennen Aber... Respekt vor dem Geht's Boah, ich hab 2.100 Gold, ey Aber... Ich hab... Äh... 1.200 Schon mal Bäm... Jetzt fängt die schöne Phase mit Dings hier an Mah, wie Doom ist Jorik Der, hey, wir hätten den so locker bekommen Wäre der jetzt nicht einfach mal auf die Länge range Ja, okay, falls ihr jetzt bei mir guckt und euch verstört, dass ihr euch nicht gucken könnt Was Niklas macht, könnt ihr einfach das ganze Video nochmal gucken und zwar in die Klasse Ui Tja... Ihr Säcke, ey Komm, ist mein Supporter nicht da schon gegen die drauf? Ich hab auch gleich mal nach unten zu kommen Hast du da irgendwas gegen? Pah Ich hab mir kaum mal noch Ich glaub ich... Ich muss mal gleich, glaub ich kurz weg Wenn wir eben meine... Meiner Mutter und meinen Bruder Bescheid zu... Oder Hallo sagen Hallo Die gerade aus der Stadt kommen Ich benutze doch mal eine meiner jetzt... Ja, und da sind sie auch schon einen kleinen Moment, ja Ich hier muss so mal eben was einkaufen gehen So, jetzt ist der endlich weg, ey Boah Das... Nein, nein Was hast du mich gehört? Naja Gut, ich hab über dich gelästert Was hast du gesagt? Na, ich hab nur gesagt, boah, ist endlich weg So Ja Verschlimmung so Hm Ich bin... Verletzt Ja Richtig tief in der Nähe Aber die Ich bin... was jetzt schon lieber hol ich mir jetzt gleich ich habe im prinzip einen halben ja stimmt jetzt haben die den da oben dabei gegeben ich auch richtig okay mit katharina findet dass die keine man hat er stimmt ja die das mal hatte ich das nächste mal auf den hier dann krieg ich den ich hab die ich hab mir entzündet NICE aber Timo hätte mich gerade fast bekommen oder was heißt fast bekommen mit einem rills also hat er mich so geslowt dass der mich hätte locker kriegen können aber hat da zu spät geschalten ja weiß ich nicht das sah eher so aus als wäre als wäre das gewollt gewesen dass ich da reinlaufe also dass ich genau in dem moment da reinlaufe nein scheiße 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 weg hier weg hier weg hätte mir auch keiner sagen können dass die da von unten kommen ich weiß dass ihr es geschrieben habt aber die kamen da auf einmal ich bin da runtergegangen und da standen so auf einmal ja es könnte mal wenigstens jemand in der mitte bleiben und dessen äh ich pushe lieber unten durch mach das ja super riven ist jetzt auch in der mitte ja super riven ist jetzt auch in der mitte ja toll aber niederle ist weg und und Eveline hat nicht drauf nicht die hat aber gerade ein double gemacht Evelyn äh äh nicht Evelyn äh äh niederle ne niederle so wenig für die schuhe würde ich mir was anderes geholt ich auf niederlege dieser team diese katharina mein der mensch gesehen ich hätte fast dass er überlebt hat wundert mich an was hier die manche da und ich mein supporter schneller als ich das ist deprimierend ja aber ich habe richtig viel damit meine man hat sich an die linie folgt ist auch wichtig an er will das nicht einfach an dass der champ an sich das war ja ich sag jetzt mal ziemlich das grüß hier ist am anfang bei uns ja diese grad irgendwo lang gerannt Da Zu den Häusern Let's Hüpf Hatt' ich aber Glück, dass der Minion da stand, sonst hätte ich dir einen Sperr von dir, der dir voll in die Fremde hießt Du bist der Minion 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 Und wenn die jetzt nochmal drauf gehen, aber ne, ich warte lieber, bis ich mein Ulti wieder hab Das dauert sowieso nur noch 15 Sekunden Boah, ich hab's da, ich hab's da noch verkongen, ne Oh, Timo, ich tö- ich mach dich, ich töte dich, ne Ja, wir sollten echt mal top gehen. Der Tower ist down. Nicht wie deiner. Nein! Scheiße, Mann. Siehste? Kaum gucke ich mal irgendwo zu, werde ich getötet. Man sollte vielleicht mal nicht auf Riven gehen, weil die ist da mit eigentlich die Tankliste von allen. Ja, ich bin dann ja auf Riven gegangen. Nee, aber Maukei. Geht auf Evelyn, auf Evelyn, auf Evelyn. Oder jetzt nicht mehr. Ich habe meine Wahl gemacht. Ich habe mich getötet. Und da probe ich mir jetzt die Popper auf. Hier, gib mal oben trotzdem deffen, weil die können jetzt, äh, eigentlich könnten sie jetzt locker da weiter durchpushen. Wotlane. Ja, die Wotlane auch. Ah, Hilfe. Na egal. Kann ich ja eben, wenn auch den Farben nehmen. Die Wotane haben, die sind da. Oh, Ich weiß nicht, was er macht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, wie es kommt. Du solltest vielleicht einen Dragon machen. Was? Er soll vielleicht einen Dragon machen. So für alle. Weil es gibt ja XP und Gold für alle. XP auch? Ja. Ja komm dann. Deswegen ist es ja auch gut wenn man den off macht. Dann fickt man schon den Krieger. Das ist die Weiterführung. Ah warte. Fick dich Team echt. Komm mal schnell hier hin. Komm mal schnell. Was? Was kommt denn mit? Fick dich. Zu sau. Timo haut auch schön damage. Ah nix nix nix. Ah. Kein Support mehr. Eigentlich. Brauch ich mein Entsfinden gar nicht drauf an. Ich tue es trotzdem immer wieder. Ja. Ja ist halt sicherer Tod für die Gegner. Falls sie doch mal irgendwie. Ja guck mal jetzt. Jetzt ne. Komm. Ja. Natürlich. Boah. Das hat gerade bei Megai gedeckt. Maokai hatte die angegriffen. Und dann war da erstmal für keine Ahnung zwei Sekunden oder so dieser. Irgend so ein komischer Kreis der so geblinkt hat. Ja. Hier. Pass mal unten auf. Dadurch könnten wir am Ende noch verlieren. Ich habe einige Menschen schon gehabt, wodurch man einfach nur verloren hat, dass die einen gepusht haben und die anderen nicht. Ja. Das Rialis. Guck mal. Unsere Toplane. Wie die Minions haben gerade. Rialis Kristallzeptor. Ja. Guck mal wie weit die auf der Toplane bei uns gepusht haben. Ja. Trotz allem. Bei uns waren's ja bis jetzt fast nur die Minions. Bei denen ja nicht. Ja der hat die Tristan eigentlich 95. Na gut. Ja der hat aber dafür Dreck. Viel. Tex-Buto. Die Riven hat. Moment. Ach. Ne. Die Riven hat mehr Attack-Speed als... Äh Attac-Damage als Dings hier. Prostana. Habt ihr Drain gemacht? Na ja sollten wir jetzt mal machen. Ups. Tut mir leid Jorek. Stoppin. 9 4 mit Katharina. Ich mag keine Tränen! reines christel zepter ist da ich dir mal lieber weg ja wenn die dolly ist nicht zu spaßen damit sie mit ihm versperren ja mit ihr nahkampf über die sauer nicht für die herrschung einiges wo ich gerade am pushen bin bitte alle carry alleine nicht doch das beste aber egal irgendwie wenn ich das schon schaffen da wechsel vom freizie kommen das anguckt ihr das an macht ihr ist hier füllt die assassine steht irgendwo hinter neuer war jetzt habe ich sagen ich habe jetzt gerechnet dass der scheiß team auch noch kommt bei der unsichtbar ist der nein ich habe habe ich gegen die wand geschossen und da kann timo noch aus dem buch raus naja gut das ist blöd naja okay ist jetzt passiert mein gott rechtlich überhaupt die ewelle die ist erstens richtig anders hielt und da fietet und dann mache ich die so kaputt ja ich muss mich entscheiden wo ich hingehe ich brauche jetzt langsam auch mal mein ding ins item hier wie heißt es und hier ist es doch für damit heute nicht 102 uhr der text speed ja okay ein bisschen schneller als meiner trotzdem ja ich habe eben gesagt hier riven hatte mehr text speed als die was auch die äh ich habe den ich gesehen dass sie da sind ja ich war nicht da okay weil ich nicht kann sein dass er kommt nein der steht da ich würde so gerne einspringen dass mir aber so verdammte scheiße kommen hier spring da rein na ich habe nur noch ja okay ich komme ja niederlässt damit irgendwie geht du mal vor weil ich habe so wenig leben da guckte mal hier deswegen meinte ich soll das vorgehen wenn ich so nicht habe ich hatte aber gut gemacht wird und da wäre team account also auch ganz schön viel damit und ich habe den löser gekriegt weil ich meine e gemacht habe um schneller bei dir zu sein ich habe nicht gerechnet und hier nicht gerechnet was macht eigentlich die ulti von maokai um die speichert schaden oder so die in dem ging es gemacht wird in der direkt du bist du dauernd weil das ist nur um der kreis der in dem gebiet gemacht wird ja und dann wenn er die ulti zu machen also soweit ich weiß also wenn er die schließt um dann gibt es eine explosion und dann haben die gegner arschkarte weil die dann den ganz also weil die dann teil von dem damit zurückkriegen und Prozent verbündete werden gehielt oder die haben weiß ich nicht ob die sind die 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 hast du dich auch schon vollgemein auseinandergesetzt aber noch nie so dass ich meine mädchen oben war echt nur ohne spaß macht jetzt gleich mit meinen schwert kaufen und dann brauche ich wieder der 722 ist doch nice 108 last ist es auch ich habe 12 die wird so ich komme sie sollen wieso soll er sich da weg dingens machen das war um das ist ein ulti doppelgänger aber egal war es an der sowieso kein damage gemacht von daher war das nur gerecht gerüchtigkeit auf der welt ja ich würde sagen alle das war eigentlich sehr verteilt könnte mal jemand hier kommen dankeschön wort von terryk der ist mal so schlecht gesetzt immerhin ist geworden das kann man von einigen anderen nicht behaupten jetzt zum beispiel wir doch ich wurde eigentlich nur am ende des games vergesse ich das die hat jetzt nicht im ernst den tüm getötet 13 5 so gefühlt bin ich doch gar nicht ja komm aber du hast 72 das ist auch nicht gerade der beste flieger ist auch nicht gerade wenig aber auch nicht der beste fliege guck mal da komme ich da hauen sie sofort auf ja ja man kann ja auch noch ein bisschen das weiß ich schon noch ja aber ist doch so ich meine die wollten da die wollten da kämpfen dann komme ich und dann machen sie sich alle in die hose und jetzt mal ich meine also da ist das wort gefühlt eine ganz andere bedeutung wenn du trufst du siehst hier die sind hier irgendwo habe sie gefunden den muss ich mehr holen soll ich jetzt mal nicht erwarten wieder lesbar im leben er ist tot jetzt oder gegriffen haben habe ich getötet die riven bis in die rolle ist noch im leben wie gefühlt ist riven eigentlich 6 1 was wollte ich mir ja genau major soul stealer wollte ich mir holen aber trotzdem 27 zu 22 hatte jetzt eigentlich gedacht es steht mehr gut und seit er hat fünf die sagen ist auch supporter auch halb support die vorrück ist eigentlich neutral mehr oder weniger dankeschön und wird sich lasst jetzt 151 154 das überlebe ich nicht doch doch nein ein ja genau bleibt im vd ja er das war warum kannst du die nicht an ich bin tot ja ich meine vorher man greife wenn man werden die mann tor der es macht entgreift bei die doch wie das ist ein reizter war kimo ist die afk oder was wir haben anscheinend vielet ihr oder lässt sich ja ganz herrschen gefühlt wohl das ist niederlegen die rolle wo kommt die jetzt auch mal eher alter es waren drei um mich rum die hoffen ich habe ihn gerade gefragt wo die auf einmal waren sie ist die war auf k ok es ist ja weil du sauer mehr naja alex das wird wahrscheinlich auch das erste let's play sein dass ich in teilen hochladen ich werde das voraussichtlich dann kann man sieben teilen oder so hochladen weil das sonst einfach welches in einem teil hochladen zu lange dauert kann man jemand nach unten nach top gehen nach top gehen noch gut da ist die niederli wieder mit ihrem assassinen krack wie kommt denn die jetzt so schnell nach da oben am liebsten ja sorry mit jung mit jung ab aber ich habe eine runde nicht man hört nur schatter und dann kommt eine neue vorbeigezischt Egal Aber meine Ulti ist auch nicht ohne Die ist richtig OP mit den AP Die macht ja mehr als 100% deiner AP In der grünen Klammer Das ist voll geil das Männchen Das hat sogar voll viel Attack Speed Äh nicht Attack Speed Äh Move Speed Lauf Speed heißt Laufenspeed Ich glaube ich gehe immer wieder zurück Ich habe schon wieder Fast zweieinhalb Tau Ne jetzt habe ich sogar zweieinhalb Äh zwei doch zweieinhalb Tau Ich habe gar keinen Platz mehr für eine andere Seite Hast du gut kreis gemacht Nein Warum hast du dann wups Weil dir mal vorbei kam und ich habe so drauf gehalten Also wups Will of the Anions Oder soll ich mir lieber Will of the Anions holen Nein 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 Wah sea Gunblade Jaja viel Spaß Na? Ach da unten ist es los! Da unten ist was los! Komm, Taric, beeil dich! Ich will euch helfen! Der Stunt von der Riven, der stört mich mal irgendwie ein bisschen... Bei meinem Rettungsmanöver. Critical Strick Chancen! Boah, das ist nicht so! Triple kill! Triple kill! Quadra kill! Naja, ich hab keinen Verlust! Puh! Wo-heh, whoops! Ja, die mit ihrem Springen! Pass auf, Scheiße! Ich muss das sagen, pass auf! Waschöpchen! Hör! 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 Wie geil! Geil! Einfach nur geil, Nick! Einfach nur geil! Ja, das ist nicht geil, das ist ne gefiedelte Katharina! Ja, geil! Warte mal! Geil mir mal Rot-Buff! Ach, ne! So, noch zwei Stacks, dann hab ich mein... Mejra Soul Silo auch voll! Meine Itemliste hab ich schon voll! Und ich bin noch nicht mal Level 18! Und ich bin noch nicht mal Level 18! Und ich bin noch nicht mal Level 18! Ich bin noch nicht noch geil! Aaaaah! Ahhhh! 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 Du auch nicht noch schwerer, wenn ich dichoشe. Heheheheh! Du hast doch eh genug gefehlt! Ich nicht, nehm! Oh. Oh. Boah, wie viel Leben der auf einmal fehlte, ey! Fehlte? Fehlte, ja! Fehlte! Fehlte, ja, fehlte! Fehlte! Meins du! Na ja, der! Nein, der! Nämär mal besser! Wem meins du? Nein, ich kann nicht zurück. Ich kann nicht zurück. Ich kann nicht zurück. Warum? Weil ich kann. Ich kann nicht zurück. Was? Du bist hier 13-4, Triple Kill. Ich fast oder in offizieller Pencher mit 24-6. Ready for triple. Ich bin nicht zurück. Du bist ein Du bist ein Du bist ein Du bist ein Ich gehe da mal auf K. Ich gehe da mal auf K. Ich sage ich gehe da mal auf K. Ja, das hat man trotzdem machen. Die haben ja auch nicht schlecht gekillt. Trotzdem. Warte, guck dir die Tristana an! Oder Elbe-Din! Alter, das war alleine mal ne Ulti! Ich geh mal eben! RACE! Jaja... Komm da auch noch mal zurück! Was soll ich denn da? Ich hab volle Leben, hab keine Mana. Und äh... Ich mein, ich hab meine Items voll! ich kann mir jetzt nur noch diese tränke holen ich hab mir jetzt mal noch was hier so ich hab mir jetzt mal voll viele text mit und so warum warum auf der botnen durch jetzt auch auf meine noten dass eigentlich dings hier tmo guck dir das waren die farm ich meine was die finden damit trotzdem zu mir zu mir haut ich habe gerade bei riesen gelesen mag notan habe gedacht wir kämpft gerade gegen marvin wird wer sehr wollte da eine so auslachen ich lache riven gleich aus noch so ein Laufschlampelauf! Das Team hat einen Turren zerbrochen! Unstoppable! Nein, weil du gerade irgendwie gesagt hast, die wei habe ich fast geschafft! Das hast du ja nicht wei gesagt! Was hast du gesagt? Ähm, zwei! Ja, siehst du, hört sich doch so ähnlich an! Aber ich habe nicht wei gesagt! Ja, ich war gerade gegen Evelyn am Kämpfen, das ist ein bisschen lauter! Most last hits ingame! Hast du? Jo! Nice! Danach komme ich! Jo! Sollen wir nicht mal vielleicht Baron machen? Oh, guck dir mal die Nase vom... Oh, kein Jurek! Komm, wir machen mal Baron! Das brauchen wir nicht! Das brauchen wir nicht! Egal! Aus Spaß einfach nur! Den kannst du Solo machen! Ich nicht, ne! Aber zu zweit wird man den locker schaffen! Ja, zu zweit, weil du Ali Carey bist! Aber, ähm, ich alleine würde den nicht schaffen! Okay, dann... Halt nicht, ich geh farm! Ich geh farm! Ich geh killen! Beziehungsweise, ich geh Terrick retten! Obwohl, man muss ja schon sagen, ne! Die haben ja schon richtig Mut, ne! Das können wir noch mit uns anlegen! Ich hab nur von denen gelassen! Wir haben Kampfgeist! Hahaha! Fast ein Solo, ey! Wie schnell hast du denn deine Ulti wieder? Ja, die, äh, hat so 30 Sekunden cooldown! Jetzt mit aller, äh, hier links, cooldown reduction! Und mit meiner passiven werden ja pro Kill 15, ähm, ähm, Sekunden abgezogen! Mhm! Also 15 Sekunden, im Prinzip! Jetzt hab ich meine Ulti wieder! Voll viel, äh, Dinges wiederkriegen, ne! Machen wir erstmal den anderen Power und so! Das ist doch voll langweilig, wenn wir schon da machen! Ich müsste gleich eigentlich die meiste Elo aus dem Team kriegen, ne! Weil ich nachzig bin, bis ich die Kills hab! Alter, ich hab 32,6! Hahaha! Alter! Ja, ja, ja! Ich glaub, ich glaub, damit werden meine... Und die geben immer noch nicht auf! Ja, unsere Beweisen halt Kampfgeist! Ich frag dich jetzt mal! Dann, äh, werden sich meine Strids hier erstmal schön ändern! Ich hatte bisher, glaub ich, maximale Kills 18 oder so! Oha! Ich mach jetzt mal Baron! Komm, wir beide machen mal Baron Solo hier! Äh, du! Nicht Solo! Genau! Wir beide machen diesmal zu zweit Solo Baron! Ist ne gute Idee! Muss ich dir wirklich recht geben! Die Enemies-Inhibitor ist der Spauksystem! Die haben hier bestimmt einen Mord stehen! Nein, aber ein Filz! Warum mein Filz? Oh, und da haben sie noch einen Filz! Ready for trouble? Niederleg kommt! Das war hier! Haben wir? Nop! Nein! Ey! So! I like it! jetzt geben sie auf bin ich mir ziemlich sicher ja ja sie haben trotzdem schön lange ausgarten moment das war doch mal ein schönes ring game ich bin ganz deiner meinung und ich muss jetzt gerade jetzt klingelt die triangel zum essen ja gut man sieht sich ne